Herzlich Willkommen in der DOREA-Familie Rheine. Wir arbeiten seit letztem Jahr als zertifizierte Einrichtung nach Sebastian Kneipp auf den typischen fünf Säulen Wasser, gesunde Ernährung, Sport, Kräuter und innere Gleichgewicht. Wir suchen Sie als Pflegefachfrau oder als Pflegefachmann. Wir sind ein herzlicher familiärer Haufen. Ich komme persönlich täglich sehr gerne zur Arbeit. Wir im Haus helfen uns untereinander. Ich habe ja diese DOREA-Karte. Wenn man jetzt einspringt, kriegt man einen Einspringdienst und dann diese Zuschläge noch dazu. Den Umgang mit den Menschen, mit den älteren Menschen. Spaß, gute Laune, emotional. Als Pflegekraft kann man sich hier wohlfühlen, weil man in einem multiprofessionellen Team zusammenarbeitet. Stellen Sie sich vor, ich wäre Ihre Jobfee und Sie hätten drei Wünsche frei und wir könnten diese drei Wünsche in einem persönlichen Gespräch lösen, dann halten Sie Ihre Bewerbung nicht zurück, sondern bewerben Sie sich.